Ich schlafe überall, egal ob im Wald, am Fluss, auf dem Berg, im Lost Place, unter der Brücke, unter dem Fels, in einer Höhle, in einer Bushaltestelle, auf dem Bahnsteig, in der Küche, in der Sparkasse. Ich penne überall, weil ich bin so ein richtiger Überallpenner. Belästigt mich die ganze Zeit. Das ist richtig nervig. Ich werde ein bisschen pennen. All diese Züge, die belästigen. Das ist auf jeden Fall eine krasse Location. Ich bin ein richtiger Überallpenner. Aber wisst ihr auch warum? Weil ich den ersten Zug verpasst habe. Ich habe den verpennt und ich habe den zweiten Zug verpennt. Und jetzt wurde ich wach, weil das langsam anfängt zu regnen. Deswegen packe ich jetzt die Sachen und nehme jetzt den dritten Zug.